Zellblock Zellblock, die Frau fürs Grube. Sie nennt den Knast auch hier zu Hause. Drabbit, ein kompletter Psychopath in meiner Vorliebe für Karoff. Black Dreadle, der ist der Auftragskiller vom Boss und mehr genauso wie ihn mit seinem Black Matteo. Crack hat früher einmal beim Geheimdienst gearbeitet. Ihre Identität ist so geheim, dass sie sie selber nicht kennt. Markifest, der Bass. Er ist groß mit dem Mund und der Huftasche. Und Farad, sein Spezialist für ein und aus. Ich habe herausgefunden, dass das Amulett sich im Vatikan befindet. Wo genau, das müssen wir dort noch herausfinden. Charme Jack. Reizungsschwimmer und ein ewiger Glutmensch. Er ist der unehrliche Sohn von Bruce Lee und ständiger Don im Auge von Mountain Fish. Oh fuck, Chan, die wollen das Amulett klauen. Wann? Wo? Morgen, im Markif. Ich hole eben meinen Badeanzug, meine Rettungsboje, dann gehe ich ab. Ich hole mich ab. Chan, wir teilen uns auf. Du nach oben, ich nach unten. Ja, ok, machen wir. Hey, 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 ich bin der Boss. Ich gehe zuerst rein. Ich hole den Boss. Ja, bin ich auch mein. Nein. Ok. So, Farad. Du und die anderen. Wir warten hier, ich gehe nach unten und nur das Amulett. Shit! Fertig! Oh! 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 Was? Schnapp! 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 Nicht da, nicht da, Guri-Tro. Wir wissen jeder, wir schreiten den Leben ab. Alles klar was, aber selber bist auch nicht frei. Was? May es gemacht nicht? Misch! Jesus auch! invoke dem appropriately! Ereاث wieder auf den Ballenverfahren... Wisst ihr Teil gut? Den wir hin?! Chor ATTEK. Immer werw. Genau das ist dreaming. Ein fewerHAHAHA всегда. Wang, was marketbalance aus здоров? Was? Ich soll das auch drauf geben. Ach so, egal ey, ich glaube, wir haben sie abgenommen. Ah ja, David Heshoff und der Jason Bourne für Arme. Jetzt wird eine Laola des Schmerzes über euch kommen. Ah! 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 Na ja, die sind ja beschäftigt. Dann geh ich in meine Rauschen. Endlich ist sie tot. Oh nein, oh nein! Upsi! Rainer Kuhn! Ich hab das Amulett. Sehr schön, gut gemacht. Hat ja endlich mal aus dem Snias. Können wir es gar nicht echt zeigen. Komm, wir gehen die Welt einfach durch. Okay. Okay. Kamera los. Kamera los. Ja, klappt. Action. Ja. Von den Nüssen, du Pfosten. Oh, hat er keine. Hallo, siehst du hier jetzt irgendwo ein Geschleck oder so? Nee, sowas besitzt du gar nicht. Okay, Blauastpapier, wir haben keinen Geschleck. Was besitzen Sie denn? Sind das nicht Rotasch? Nein, nein, Blauastpapier. Da habe ich einen roten Asch. Ist sicher? Ja. Zell, zell, zell. Zellblock. Sag mal, wer verdammte Scheiße hat sich diese beschissenen Namen ausgedacht? Alter!